Heute sprechen wir darüber, wie du Zusammenfassungen richtig schreibst und so wesentlich effektiver lernst. Willkommen zurück Abitur-Läden, hier ist Leo, dein Abitur-Coach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traum-Abitur-Schnitt. Die AA-Methode hat ja als ganz, ganz zentralen Bestandteil Zusammenfassungen hin und deswegen hatten mir einige Leute geschrieben, hey Leo, kannst du mal ein Video dazu machen, wie man denn wirklich eine richtig gute Zusammenfassung schreibt und das ist einfach super wichtig, dass man wirklich nicht, ich werde dazu gleich kommen, aber nicht nur das Unnötigste ausschreibt, sondern wirklich sich auf das fokussiert, was zählt und wie du das richtig machst, dass du wirklich nicht eine Zusammenfassung schreibst, die dann irgendwie, keine Ahnung, du hast eine Zusammenfassung geschrieben, aber es ist fast genauso lang wie davor, sondern wie du eine richtige Zusammenfassung schreibst, mit der du einfach mit wesentlich weniger Aufwand trotzdem genau das gleiche Notenlevel oder vielleicht sogar besser, weil du die Sachen nochmal stärker verinnerlichst, drauf hast, das zeige ich dir jetzt. Erstens, komplette Materialien versammeln. Das bedeutet, dass wirklich, wenn du, wenn es das Heft ist, was mit rein soll, wenn das Buch mit rein soll, wenn sonst irgendwelche Texte noch mit rein sollen, sammle wirklich mal alles auf einem Haufen, bevor du deine Zusammenfassung schreibst, denn das ist natürlich die Grundlage für das, was dann in die Zusammenfassung rein soll, aber vor allem viel wichtiger, dir muss bewusst sein, dass in dem Moment, wo du die Zusammenfassung geschrieben hast, alles da war, was du brauchst, weil ansonsten wirst du die Zusammenfassung, kannst du noch so perfekt schreiben, wenn du zum Beispiel drei Blätter nicht dabei hattest, wenn du das Buch nicht dabei hattest, wenn du ein Heft eintraglich da hattest, dann hast du die ganze Zeit FOMO, also Fear of Missing Out. Sprich, du lernst dann vielleicht, weil das ist ja unser Ziel, dass du am Ende mit dieser wesentlich kompakteren Zusammenfassung lernen kannst, du hast dann aber die ganze Zeit das Gefühl, shit, was ist, wenn auf dem einen Arbeitsplatz, das ich nicht dabei hatte, noch eine Sache stand, wo übrigens die wichtige Aufgabe drauf kommt. Und du wirst dich nie hundertprozentig auf die Zusammenfassung einlassen können, deswegen hab am Anfang alle Sachen zusammen, dass du gesagt hast, ich werde all das verarbeiten und bin mir dann am Ende, beim Endprodukt meiner Zusammenfassung auch sicher, dass da alles drin ist, was ich brauche. Zweitens, alles nochmal auffrischen. Das bedeutet im Prinzip ganz einfach, du liest dir nochmal das Buch durch, du schaust nochmal die Hefteinträge an, du guckst nochmal, was auf dem Arbeitsplatz stand und sorgst im Prinzip dafür, dass die ganzen Informationen, die in all diesen Materialien, die du verarbeiten möchtest, im Kopf hast, einfach mal so parat hast. Und dann überlegst du einfach selbst nochmal über den Stoff nach. Und das Geile ist, in dem Moment, wo du über den Stoff nachdenkst, bildet sich eine für dein Gehirn entsprechende Struktur heraus. Das passiert meistens ganz automatisch, zum Beispiel in Geschichte, einfach aufgrund von der Chronologie, also der zeitlichen Reihenfolge, dass einfach erst das Event war, dann das Event, dann das. Und wenn du dann quasi drüber nachdenkst, nochmal durchgehst, ah ja, es war so, 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 dann bildet sich da eine automatische Struktur, obwohl vielleicht die einzelnen Wissenspunkte aus verschiedenen Sachen kamen. Vielleicht habt ihr, nehmen wir wieder mein bestes Beispiel, einfach Zweiter Weltkrieg. Vielleicht ging das dann mit, was weiß ich, Machtergreifung und bla bla. Vielleicht habt ihr bis zum Kriegsanfang alles auf extra so Blätter geschrieben, wo ihr vielleicht immer extra Übungen noch hatte, habt alles da gemacht und alles bei den Blättern. Und dann ab Kriegbeginn habt ihr alles in die Hälfte gemacht. Kann ja sein. Aber trotzdem, wenn du sie einfach erst die Blätter durchliest und dann nochmal die Hälfte, dann kannst du in deinem Kopf natürlich trotzdem beide Informationsquellen super verarbeiten und es fügt sich alles zu einer Sache hinzu. Und wenn du das hast, oder zum Beispiel auch in, keine Ahnung, in Mathe bei verschiedenen Verfahren, wenn du es einfach nochmal durchgelesen hast und merkst, ah okay, das Verfahren wende ich dann an, wenn in der Aufgabe die und die Elemente dabei sind, das Verfahren bei dem, dann ergibt sich da auch automatisch einfach in deinem Kopf so eine Struktur, wie du es halt auch wirklich verstehst. Und wenn du das dann hast, können wir eben jetzt zum dritten Tipp übergehen. Drittens, Aufbau skizzieren. Denn dann ist im Prinzip einfach deine Aufgabe, dass du dieses Bild, diese Struktur, was du in deinem Kopf hast, möglichst knapp auf ein ganz kleines Papier bringst. Also es geht nicht darum, jetzt schon die ganze Zusammenfassung zu schreiben, sondern nur die Struktur, also von der Hierarchie, von den Verfahren, von, keine Ahnung, der Chronologie, also der zeitlichen Reihenfolge, der Geschehnisse, so wie es in deinem Kopf ist, möglichst knapp zu Papier zu bringen. Das bedeutet, da sollte dann im Prinzip dieser Aufbau, die Skiz davon, sollte eigentlich nur aus einzelnen Wörtern, also zum Beispiel Machtergreifung oder so, bestehen und dann Verbindungen. Also zum Beispiel schreibst Machtergreifung und dann Strich und dann was auch immer bei eurer genauen Besprechung dann der nächste Punkt, ist ja der chronologische Nachkam. Dass du dann sagst, okay, es war das, dann war das, dann war das, dann war das. Oder in Mathe, wenn, boah, keine Ahnung, wenn das einmal gezogen wird, mit zurücklegen, wenn das mehrfach gezogen wird, ohne zurücklegen, bla bla bla. Das heißt, du hast, wenn das mit zurücklegen ist, dann so, wenn das ohne zurücklegen ist, dann so. Und dass du quasi wirklich immer sagst, okay, wenn das, dann das, wenn das, dann das. Und dass du es wirklich möglichst knapp aufschreibst, dass du einfach nur mal verstehst, dass du quasi vor dir hast, wie du es in deinem Kopf gedacht hast. Viertens, Informationsskelett anreichern. Das, was du dir im Prinzip mit dieser Aufbauskizze hingeschrieben hast, nenne ich immer so Informationsskelett. Weil es wirklich nur das Allerwichtigste ist, was es irgendwie braucht, um die Stoffmenge zusammenzuhalten. Und wenn du das dann hast, dann geht es darum, dass du dieses Informationsskelett eben anreicherst. Sprich, dass du eben zu den einzelnen Punkten, zum Beispiel Machtergreifung, dann noch ein paar weitere Informationen dazu schreibst. Weil nur, weil du weißt, es war Machtergreifung, dann war das, dann war das, kriegst du ja noch lange keine 15 Punkte. Aber, wenn du eben erstmal hast, Machtergreifung, okay, dann kannst du da vielleicht noch dreimal vier Wörter ungefähr dazu schreiben, also drei Stichpunkte, wie ist es verlaufen, warum ist es passiert, was hat daraus resultiert, wie haben Leute darauf reagiert und so weiter. Und dass du dann wirklich nochmal das Wesentlichste hinschreibst. Und das machst du eben auch für jeden Punkt wieder. hast es weiterhin in diesem strukturierten Aufbau, aber einfach nochmal ein bisschen angereichert mit noch ein bisschen mehr Details, dass du wirklich auch noch eine bessere Grundlage hast, um in der Prüfung auch was Sinnvolles hinzuschreiben. Aber auch da, achte lieber auf den Sinn, als auf die Perfektion. Also es geht nicht darum, dass du jetzt wieder alles, was du in irgendeinem Buch auf irgendeinem Blatt irgendwo gelesen hast, dass du das sofort da wieder hinschreibst, weil sonst haben wir wieder keine ernsthafte Zusammenfassung, sondern nur eine Neuschreibung von den Sachen, die du schon durchgelesen hast. Sondern dass du dir wirklich darauf achtest, okay, der Sinn ist ja einfach schon durch den Aufbau, den ich in meinem Kopf und mir da auch als allererst hingeschrieben habe, ist ja schon gegeben. Jetzt geht es nur darum, zu diesem strukturierten, sinnvollen Aufbau die wichtigsten Informationen hinzuzufügen, dass ich einfach noch mehr auch im Unterricht oder in der Prüfung dann sagen kann. Das heißt, mach mehr, aber auch nicht zu viel mehr, wenn du verstehst, was ich meine. Fünftens, Zusammenfassung analysieren. Wenn du den vollletzten Schritt dann abgeschlossen hast, dann schau dir wirklich nochmal an, was du da jetzt gerade fabriziert hast und frag dich ganz ernsthaft, wo bei welchem Stichpunkt habe ich vielleicht zu wenig hingeschrieben, weil das passiert in seltensten Fällen. Also das wird auch die wenigsten von euch zutreffen. Denn was bei den meisten von euch zutreffen wird, dass ihr trotzdem wieder zu viel hinschreibt. Weil ihr Angst habt, dass du dann wieder irgendeine Sache vergisst, die dann doch abgefragt wird. Und ganz ehrlich, es wird immer irgendein Detail in der Prüfung drankommen, was du nicht aufgeschrieben hast. Vollkommen logisch. Aber es wird auch nur ein Detail sein. Was viel wichtiger ist, dass du den Kern hast und wenn du den Kern hast und wirklich so die wichtigsten Punkte verinnerlichst, und nicht nur verinnerlichst, sondern auch verstanden hast und dadurch auch in Anforderungsbereich 2 und 3 richtig hohe Punktzahlen bekommst, dann kriegst du auch deine 13, 14, 15 Punkte oder wie viel auch immer du haben willst. Deswegen mach dir dann nicht in die Hose wegen 1, 2 kleinen Wörtern, die du nicht draufgeschrieben hast, sondern sei dir bewusst, wenn du einfach nur die allerwichtigsten Sachen richtig gut drauf hast, dann kriegst du auch deine absoluten Topnoten. Und genau, wer sich jetzt noch das Video zur AI-Methode anschauen möchte, wo ich das erklärt habe, findet ihr rechts oben sozusagen die kompletteste Lernstrategie, die ich einfach entwickelt habe, weil es mir sowas sehr stark gefehlt hat. Und ansonsten kann ich natürlich nur noch eine Sache sagen, ich glaub an dich. Wir bald hören uns im nächsten Video. Dein Leo. Dein Leo.